Was wollen Sie denn hören? Ach, was Sie wollen. Ein bisschen was Lustiges. Laut. Vielleicht singen Sie etwas. Wenn die süße Geige wispert, hätte ich dir ganz so geflüstert. Oh, oh, oh. Wenn die Keller schließen müssen, würde ich dich gern draußen küssen. So, so, so. Aber leider, leider geht es nicht. Eine strenge Dame, die versteht es nicht. Wenn ich deine Augen fragen, kann ich dir nur eine sagen. Oh, oh, oh. Ich hätte so gerne an dich geglaubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Ich hätte so gerne für dich geschwärmt, doch meine Mutti hat sich nicht dafür erwehrt. Ich hätte so gerne mit dir gelacht. Und wenn es möglich wäre, so warte, dann zu langt. Ich hätte die Sterne für dich geraubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Es wäre so herrlich, ich sag es ehrlich, wenn ich spazieren könnte mit dir bis morgen früh. Was soll ich machen für solche Rampen? Hat meine Mutti leider keine Sympathie. Ich hätte so gerne an dich geglaubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Sie sagt, ich soll nicht und überhaupt. Ja, was machen Sie denn da oben? Sipps, aber ich komme schon runter. Ja, das war noch oben da. Ja, wir kommen. Vielen Dank.